Hier bei uns in Hamburg haben wir ein sehr buntes Team, so bunt wie die Stadt Hamburg, wo wir für unsere internationalen Kunden aus der Logistik arbeiten. Gleichzeitig arbeiten wir aber auch für den öffentlichen Sektor und haben ganz regionale Themen, die man dann auch im Stadtbild sehen kann. Bei den öffentlichen Digitalisierungsprojekten dabei zu sein, das ist einfach toll, das ist sinnstiftend. Man tut nicht nur für sich was, sondern man tut tatsächlich für die ganze Bevölkerung was. Da sieht man einfach direkt, dass es ankommt. Wir stellen uns in unseren Projekten großen Herausforderungen und mir macht es großen Spaß, dass wir in einem agilen Team sehr gut zusammenarbeiten, indem wir alle an einem Strang ziehen. Ich finde, Capgemini ist perfekt für Frauen. Man kann auch flexibel die Arbeitszeit einteilen und hat viel Zeit für die Familie. Und trotz Teilzeit kann ich in verantwortungsvollen Positionen arbeiten. Hier bei Capgemini haben wir ein sehr vielfältiges Team. Von Software-Ingenieuren über Berater oder auch Data-Ingenieurs kommen die unterschiedlichsten Leute zusammen, die sich an einem Thema wirklich ausprobieren können. Es ist auch so, dass jeder eigene Kreativität mit reinbringt und Lösungen entwickelt werden, die dann aus dem Zusammenschluss der verschiedenen Kompetenzen auch einen Unterschied machen.